Herzlich willkommen zu einem Erklärvideo der Firma Selve. Mein Name ist Guido Schildbach und das jetzige Thema lautet aus SEL Plus wird SE Pro. Selve hat in den letzten Jahren intensiv an Qualität und neuen Funktionen der Antriebe gearbeitet und in die Entwicklung des SE Pro sind diese Verbesserungen und auch Kundenwünsche mit eingeflossen. Deshalb ein neuer Name und eine neue Rohrfarbe. Wir haben grau gewählt. Für den SEL Kunden ändert sich gar nicht viel, weil rauf, runter, fertig kann der SE Pro auch weiterhin. Und Hinderniserkennung in Abwärtsrichtung und Lernenden Überlaststruktur in Aufwärtsrichtung hat auch alles der SE Pro. Es gibt zwei neue Funktionen und die möchte ich Ihnen ganz gerne jetzt zeigen, die der SE Pro jetzt noch zusätzlich hat. Ich habe hier ein Musterfenster wieder mit einer Fensterbank, mit einem Endanschlag und mit Befestigungsfedern verbaut. Angeschlossen ist hier das Einsteckkabel und Sie sehen, die Drehrichtung ist wieder in diesem Fall falsch rum. Rauf, runter, fertig wäre jetzt für den SEL Plus die nächste Vorhergehensweise. Wenn wir aus der unteren Endlage mindestens eine Umdrehung aufwärts gefahren sind, dann kann der SE Pro auch schon bedenkenlos nach unten gefahren werden und er hat sich den unteren Endpunkt jetzt schon abgespeichert und die Drehrichtung automatisch zugeordnet. Ich kann nämlich jetzt sofort nach oben fahren gegen den Endanschlag und der Motor speichert sich diesen Punkt auch ab und ist jetzt schon eingestellt. Sie sehen, die Drehrichtungszuordnung hat schon funktioniert. Wir haben keine Fahrunterbrechungen mehr und das war's. Das war die erste Änderung und die zweite Änderung befindet sich am oberen Endpunkt. Wir fahren ja beim SEL Plus Motor jedes Mal gegen den Endanschlag, um den Referenzpunkt zu suchen für den automatischen Längenausgleich. Auf Kundenwunsch können wir jetzt beim SE Pro die obere Endabschaltung so einstellen. Wir nennen es Komfort-Endabschaltung, dass wir nur alle 30 Zyklen diesen Referenzpunkt suchen und dazwischen kurz vor dem oberen Endpunkt stehen bleiben. Das Umschalten funktioniert folgendermaßen. Wir fahren den oberen Endpunkt an, drücken eine Sekunde die Aufwärtstaste und drücken jetzt die Aufwärtstaste so lange, bis der Motor sich bewegt. Nun ist die Komfort-Endabschaltung oben eingeschaltet und Sie sehen, der Motor fährt nicht mehr gegen den Endanschlag, sondern schaltet ganz kurz vorher ab. Nur alle 30 Zyklen wird der obere Referenzpunkt wieder gesucht. Das waren die Neuheiten des SE Pro. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.